Was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. Stellen Sie sich mal vor, der Putin hätte das Handy von der Merkel abhören lassen. Da würde der Generalstaatsanwalt jetzt nicht gegen Unbekannt ermitteln. Die Grünen sagen nie Krieg etc. Und dann Joschka Fischer und Schröder machen 1999 mit dem amerikanischen Imperium mit und bombardieren Serbien. Völlig illegal, ein illegaler Angriffskrieg. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Abend hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Ohne Deutschland darf ja nie wieder ein Krieg ausgehen. Oder so ähnlich. Das muss ich nochmal nachgucken. Nach den Terroranschlägen vom 11. September, es ist jetzt genau 16 Jahre her. Wenige Tage noch und dann sind es 16 Jahre her seit diesen Terroranschlägen. Also es ist wirklich so, ich habe das wirklich untersucht, ich habe sehr viel zu 9-11 geforscht. Und da haben die amerikanischen Medien gesagt, die Flieger sind in die Twin Towers reingerast. Und unten, unten an den Twin Towers fand man den Pass von einem Attentäter, der also angeblich im Flugzeug saß. Und mit dem Flugzeug in, da muss man sich das gar nicht physikalisch vorstellen. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Und dann kommt die gleiche Nummer, kommt bei der Antromeda. Dann sage ich immer, also wenn man ja jetzt zum Beispiel sich in den Kopf reinversetzt von so einem Attentäter und denkt, heute sprengen wir die Nord Stream. Habe ich den Sprengstoff? Ja. Habe ich denn das Tauchgerät? Ja. Was fehlt mir noch? Ah, passt. Dass es wirklich, dieses ganze Narrativ, das uns immer vorgesetzt wird, ist schon irgendwie auch eine Beleidigung des aufgeklärten Denkens. Die Amerikaner haben nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 nicht einen ganzen Monat gewartet. Schon am 7. Oktober 2001 sind die in Afghanistan eingefallen. Die Schlacht wird jetzt an vielen Fronten beschlagen. Wir werden nicht wanken, wir werden nicht nachlassen. Und wir werden gewinnen. Frieden und Freiheit werden sich durchsetzen. Vielen Dank. Die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Trotzdem ist die Bundeswehr nach Afghanistan gezogen. Auf der Basis eines nicht geklärten Terroranschlags. Oh, das ist wie die Öffnungsserie in Star Wars mit all den verrückten Typen, die durch die Gegend laufen. 50 Länder schließen sich der von den USA geführten Intervention an. Ein Bündnis, das auf mehr als 100.000 ausländische Soldaten anwächst. Jetzt kommt der Schwerende zu, die waren so lange nicht im Ausland, die deutschen Soldaten, die wissen gar nicht mehr, wie man sich als Soldat da benimmt. Jetzt haben die sich daneben benommen. In Afghanistan, Riesenskandal, es hieß obszön, obszön. Ich dachte, was ist los? Der Verteidigungsminister sagte, was die deutschen Soldaten gemacht haben, wäre obszön, unentschuldbar. Ich dachte, was haben sie gemacht? Obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kameraden missbraucht? Ich meine, das machen sie ja gerne. Geht ja zur Grundausbildung, haben wir ja gelernt. Obszön, was haben sie gemacht? Haben sie Kinder über den Haufen geschossen? Haben sie Frauen geschändet? Was haben sie gemacht? Nö, sie hatten überhaupt nicht geschossen. Schnappschüsse hatten sie gemacht. Haben den Leuten die Motive nicht gefallen? Wenn die Amerikaner Kinder über den Haufen schießen, fragt keiner nach den Motiven. Die sind immer ehrenwert. Bei unseren Fotos kommen das auf die Motive an. Die Deutschen waren völlig entsetzt. Viele haben gesagt, wieso eigentlich deutsche Soldaten in Afghanistan? Ich dachte, das wäre die Bundeswehr da. Das sind doch keine Soldaten. Ich bitte Sie. Das haben wir doch gelernt. Bundeswehr, das sind Staatsbürger in Uniform. Menschen wie du und ich. Menschen mit innerer Führung, die einfach Spaß haben, in der Uniform rumzulaufen. So Ganzjahreskarnavalisten. Was weiß ich. Vor mehr als 15 Jahren folgte er den internationalen Truppen und wird Zeuge des blutigsten Einsatzes in der Geschichte des NATO-Bündnisses. Noch heute lassen ihn die Albträume nicht los. Als ich das erste Mal nach Afghanistan kam, habe ich fest daran geglaubt, ich könnte Frieden und Demokratie in ein Krisengewicht bringen. Dann wurde mir klar, dass das nie passieren wird. Im Gegenteil, wir, die Ausländer, waren ein großer Teil des Problems. Osama Bin Laden, inzwischen international besuchter Terrorist, erkauft sich Einfluss in der neuen Gruppe. Unter dem Schutz der Taliban führt er sein Netzwerk Al-Qaida wie ein multinationales Unternehmen. Am Anfang waren die Taliban sehr willkommen. Die Menschen wussten nicht, was ihre Herrschaft bedeutete. Sie waren einfach erschöpft von der Anarchie der Warlords. Die Taliban gehen gegen die rivalisierenden Mujahideen-Kämpfer vor und werden schnell zur stärksten Kraft im Chaos. 1996 erobern sie Kabul und den größten Teil des Landes. Noch ist wenig über sie und ihre Ziele bekannt. Alle sprachen davon, dass die Taliban da sind. Und ich fragte mich, was sind die Taliban? Sind sie anders als wir? Ich schaute durch die Türspalte, um zu sehen, ob die Taliban auf der Straße sind, um zu sehen, wer sie sind. Und da waren viele fertige Männer mit weißen Turbans. Kaum an der Macht, lassen sie einen Großteil der Liedchenschulen schließen, verbieten Musik und Fernsehen, zwingen Frauen, die Burka zu tragen. Viele Menschen unterstützen sie, um die Plünderungen, Vergewaltigungen und Morde des Bürgerkriegs zu beenden. Die Feindbilder, die wechseln sehr, sehr schnell. Ich finde, das Muster ist ziemlich offensichtlich. Es wird eine Angst erzeugt, Angst vor muslimischen Terroristen. Und ich meine nur, wenn man 2001 hingegangen wäre, man hätte gesagt, ich habe riesen Angst vor Viren. Das wäre nicht gut gewesen. Aber wenn sie da ist, tut sie so, als wäre sie die einzige und für immer und die allgemeingültige. Und sie wechselt ab. Und wer schon länger dabei ist, der kann doch das sehen. Zuerst ist Angst vor muslimischen Terroristen, dann ist Angst vor Viren. Jetzt müsst ihr zusammenkommen und gegen Putin demonstrieren. Dann sagt man so, aber gestern habt ihr gesagt, wir sollen nicht. Ihr braucht nicht selber nachzudenken. 2003, Irakik, habe ich schon gesprochen, mehr als eine Million Tote seid ihr im Irak. Das ist ein Unterschied, ob die Amerikaner den Irak plattbomben, dann da einmarschieren, ein paar hunderttausend Menschen umbringen und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Ja, shit happens. Viel Spaß damit auch im kaputten Land. Oder ob der Putin auf der Krim die Menschen darüber abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Am 7. Oktober 2001 greifen US-Truppen Afghanistan an. Schwere Luftangriffe im ganzen Land gehen einher mit dem Glauben an schnelle Gerechtigkeit. Das muss man den Amerikanern lassen. Sehen Sie, die peinigen ihre Feinde nicht mit so lächerlichen Schauprozessen. So eine amerikanische Drohne, die stellt Anklage, Urteil und Vollstreckungsbefehl in einem zu. Und zwar weltweit. 20 Jahre Blutvergießen sind immer noch nicht vorbei. Wer die Gewalt in Afghanistan anhält, ziehen die internationalen Truppen ab. Die USA haben ein Friedensabkommen mit den Taliban geschlossen. Ein historischer Wendepunkt. Es ist Zeit, die Amerika der longest Krieg enden. Es ist Zeit, die amerikanischen Truppen nach Hause zu kommen. Der Preis des Kriegs ist hoch. Schätzungen der Todesopfer für den Zeitraum von 2001 bis 2020 liegen bei 170.000 bis 200.000 Menschen. Auch die Kosten. Unüberschaubar. Die USA haben offiziell rund 2,2 Billionen Dollar ausgegeben. Deutschland rund 2,5 Milliarden Euro. Tatsächlich sind es wohl deutlich mehr. Und ich habe da eigentlich über die letzten Jahre, weil mich das immer interessiert, wie das funktioniert, habe ich schon bei 9-11 gesagt, da wird ja eine Angst gemacht ohne Ende, oder? Türme, die explodieren und dann Achtung, wir müssen, und da war Osama Bin Laden natürlich, war da die grosse Story. Und die Bundeswehr muss unbedingt 20 Jahre nach Afghanistan. Und auch dort, wie bei Corona, gab es keine gründliche Analyse, sondern man hat einfach gesagt, hier ist eine grosse Angst. Die Regierung sagt, was Sache ist und wer sich getraut, Fragen zu stellen, so im Sinn von, da ist ja aber noch ein drittes Gebäude zusammengestürzt und da ist aber kein Flieger rein, da ist es sofort Verschwörungstheoretiker.